Weitschauendes, Transzendenzschauendes Fühlen und Denken, all das wird jetzt nicht gebraucht, weil jetzt geht es darum, alte erlernte Mechanismen einzusetzen im Kampf nach dem Motto, ich muss überleben jetzt und alles andere kriegt keine Energie mehr. Dass wir Frieden, Harmonie gar nicht mehr denken können, weil unser System ganz in Resonanz ist mit Kampf und so sehen wir heute auch die Weltlagen. Wir sehen die Einzellösung und das Großteil der Bevölkerung sieht die Einzellösung in noch mehr Bomben werfen und noch mehr Bomben werfen und Frieden kann kaum noch gedacht werden, weil alle in diesem Adrenalin-Modus sind. Die führt letztendlich dazu, dass das Herz es immer schwerer hat, sich bemerkbar zu machen und dann irgendwann macht es sich bemerkbar über leichte Stiche, über Schmerzen und diese Signale wollen eigentlich immer nur eins zum Ausdruck bringen, Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei diesem Online-Kongress und heute freue ich mich, Ingfried Hobert bei uns zu haben. Er ist ein echter Experte in der Ethnomedizin und beschäftigt sich seit über 45 Jahren damit, wie wir Menschen körperlich und geistig gesund bleiben können. Besonders jetzt gerade in stürmischen Zeiten, in denen viele von uns von Angst, Panik und finanziellen Sorgen hin- und hergerissen werden, ist es entscheidend, in innerer Ruhe und Freiheit zu finden. Dabei werden wir auch darüber sprechen, wie unser Herz und unser Geist zusammenarbeiten und klare, souveräne Entscheidungen zu treffen. Egal, im Leben oder vielleicht auch sogar in Sachen Geld. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist, Ingfried. Ja, sehr gerne. Ja, Ingfried, du sprichst oft davon, wie wichtig es ist, gerade in stürmischen Zeiten in der Mitte des Wirbelsturms zu stehen, wo Ruhe und Klarheit herrscht, besonders in einer Gesellschaft, die oft von Stress und Unsicherheit geprägt ist, kann das ja aufs Herz schlagen. Und warum ist es so wichtig, in diesem Zentrum der Gelassenheit zu bleiben? Und wie wirkt sich das auf unsere Herzgesundheit aus? Na ja, wir sind heute diesen Tornados ausgesetzt. Tornados an Gedankenstürmen, an Ängsten. Und es sind häufig gar nicht so sehr die Situationen selbst, die das Problem sind, sondern es ist die Art und Weise, wie wir die Situation bewerten und wie wir mit unseren Gedanken hier sozusagen als Verstärker Ängste, Panik-Situationen noch größer machen, so wie die Presse ja auch die Dinge immer sehr, sehr viel größer macht, als sie dann wirklich sind. Und damit wird natürlich ein ganzes Feld von Triggerungen auch in uns ausgelöst. Und diesen Gedankenstürmen sind wir dann ausgeliefert und sie bringen uns weit weg von unseren Möglichkeiten, von dem, was eigentlich an Grundsubstanz in uns angelegt ist. Und in jedem von uns gibt es so einen Ruhepol, so eine innere Mitte, so einen inneren Anker. Und wenn wir den in stürmischen Zeiten gut auswerfen können, dann gibt er uns ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und das wiederum beruhigt das vegetative Nervensystem. Es muss nicht mehr nach Schutz und Sicherheit suchen, sondern es kann sich in der Sicherheit festigen, erden. Und mit dieser Erdung können wir dann auch klarer unterscheiden, was ist jetzt Wahrheit und was ist Täuschung. Wo unterlege ich einfach einem Narrativ, das gesetzt ist und wo spüre ich die eigentliche Wahrheit dahinter? Und dann merke ich häufig, dass ich eine andere Brille in dem Moment aufsetze, wenn ich mich diesem Gefühl nähere, ja, das fühlt sich gut an, und das fühlt sich für mich mehr nach Wahrheit an und das gibt mir dann noch mehr Sicherheit. Ich fühle mich dann in mir bestätigt und das verstärkt nochmal dieses Gefühl der inneren Erdung und inneren Souveränität. Gibt es jetzt bestimmte Denkgewohnheiten, die du vielleicht auch beobachtet hast, die das Herz besonders belasten, ohne dass wir es vielleicht merken? Naja, alles, was uns in Stress setzt, belastet das Herz. Wir kennen das aus dem Neandertal, es raschelt im Busch oder ein Gewitter zieht auf. Ich muss also sofort Maßnahmen ergreifen, um mich zu schützen, um mich zu verteidigen. Und der Körper reagiert dann automatisch mit Adrenalinausschüttung. Das heißt, die Muskeln spannen sich an, Zucker wird ausgeschieden, und der Blutdruck geht hoch, der Puls geht hoch. Und jetzt kommt das Entscheidende, was wir in der Schule vielleicht gelernt haben und vielleicht haben es viele auch überhört, nämlich, dass gleichzeitig, wie jetzt der Körper kampf- und fluchtbereit gemacht wird, wird alles runtergefahren, was nicht gebraucht wird. Und was jetzt nicht gebraucht wird, ist Empathie, ist Schlaf, ist Verdauung, ist aber auch visionäres, kreatives, vorausschauendes, weitschauendes, transzendenzschauendes Fühlen und Denken. All das wird jetzt nicht gebraucht, weil jetzt geht es darum, alte, erlernte Mechanismen einzusetzen im Kampf nach dem Motto, ich muss überleben jetzt. Und alles andere kriegt keine Energie mehr in dem Moment. Das heißt, wenn Menschen in Angst und Schrecken versetzt werden, durch die Presse, die Zeitung, die Medien, die Politik und so weiter, dann sind sie nicht bei sich, dann sind sie nicht mehr verbunden mit ihrer Herzkohärenz, so nennen wir das ja heute, mit ihrer Herzensweisheit, mit diesem tiefen Erfahrungswissen, das uns eigentlich Schutz und Sicherheit geben kann, wenn wir darauf vertrauen und Kontakt zu uns haben. Dieses Kontakt haben, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstverständnis, sich selbst spüren, wahrnehmen, hören können, das gibt in der heutigen Zeit innere Sicherheit. Und dieses System wird runtergefahren in dem Moment, wo der Kampf der Körper im Überlebensmodus ist. Und darin liegt die große Gefahr, dass wir dann in diesen Phasen, wo wir im Stress sind, dumme Entscheidungen treffen, falsche Entscheidungen. Dass wir Frieden, Harmonie gar nicht mehr denken können, weil unser System ganz in Resonanz ist mit Kampf. Und so sehen wir heute auch die Weltlage. Wir sehen die einzige Lösung und das Großteil der Bevölkerung sieht die einzige Lösung in noch mehr Bomben werfen und noch mehr Bomben werfen. Und Frieden kann kaum noch gedacht werden, weil alle in diesem Adrenalinmodus sind. Du hast ja mal das menschliche Gemüt mit einem Wirbelsturm verglichen, in dem Emotionen wie Gier, Angst und Panik außen toben, aber im Zentrum Ruhe und Klarheit herrscht. Wie schafft man es, gerade in stressigen Zeiten, sei es im Leben oder bei finanziellen Entscheidungen, in diesem Zentrum zu bleiben und klare, stabile Entscheidungen zu treffen? Ja, das ist die entscheidende Frage. Also wir sind im Zentrum, im Auge eines Wirbelsturms, im Auge eines Hurrikans. Da ist plötzlich alles ruhig, alles kommt zur Ruhe und hier passiert erst mal gar nichts. Aber kommen wir an den Rand des Auges, fängt das Gewühl plötzlich an und viele Wirbel versuchen uns rauszureißen. Und das ist ja das, was im Leben passiert. Diese vielen kleinen Wirbelstürme in Form von Gedankenstürmen, die auf uns einpressen, die ziehen uns immer wieder aus der Mitte raus. Und so geht es darum, innezuhalten, um diesen Inhalt wiederzufinden. Und bei diesem Weg des Inhaltens hat unser Körper, unsere Biochemie, unsere Physiologie uns etwas mitgegeben, nämlich einen bestimmten Teil unseres vegetativen Nervensystems, der ist genau dafür da. Und den können wir als Partner, als Verbündeten gewinnen, um uns immer wieder zu zentrieren, um immer wieder in die Mitte, in das Auge reinzukommen, wo Ruhe und Frieden herrscht. Und dieser vegetative Part des Nervensystems, dieser Parasympathikus oder Vagusnerv, wie wir ihn auch nennen, der hat sich erst in der letzten Entwicklungsstufe der Menschheit herausgebildet als Vorderer Vagus. Und er ist sozusagen unser Sozialnerv. Unser Sozialnerv, der uns hilft als Dirigent all dieser Prozesse, die zur Harmonie und zum Frieden führen. Da hat er die Führung und diesen Vagusnerv können wir stärken oder wir lenken unsere Energie in seinen Gegenspieler, den Sympathikus, den Kampf, wenn wir so wollen, den Kampfnerv. Und je nachdem, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, kommen wir entweder an den Rand des Auges, wieder in den Wirbelsturm rein, wenn wir kämpfen, oder wenn wir uns auf den Vagusnerv konzentrieren, dann hilft er uns, in diese Mitte zu kommen und in der Mitte wieder einen Anker werfen zu können, um hier zu einem, ich nenne es mal der höchsten Form, würden wir sagen, zu einem heiligen Gleichmut zu kommen. Nicht nur gelassen, sondern gleich mit einem gewissen Schmunzeln den Dingen entgegenzutreten, auch den Teilen in uns entgegenzutreten, die da so leicht sich von den Stürmen erfassen lassen und diese Teile in uns anzunehmen, sie mit einem Schmunzeln zu betrachten, im Idealfall, das ist etwas, was uns besonders gut gelingt, wenn wir einen starken Vagus-Tonus haben. Das heißt, wenn die Physiologie des Vagusnervs auf 100 Prozent läuft. Glaubst du also, dass jeder die Fähigkeit entwickeln kann, in seinem persönlichen Auge des Sturms zu stehen, egal wie stressig das draußen des Umfeld ist? Ja, also jeder hat die Möglichkeit, aber es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, will ich dorthin oder will ich es nicht? Wenn ich die Entscheidung treffe, dorthin zu gehen, dann fange ich den Tag nicht morgens mit dem Handy und mit Nachrichten an, sondern ich fange den Morgen mit Yoga-Übungen an, mit Atemübungen, gehe ins offene Fenster, dusche danach vielleicht kalt und setze mich dann zu einer Meditation hin, um in diesen inneren Frieden, in dieses innere Gleichgewicht zu kommen. Und wenn ich dieses Zentrum dann stabilisiert habe, dann gehe ich raus, wo überall die Winde und Stürme blasen und dann haut mich so leicht nichts um. Und Menschen, die das in ihren Alltag integriert haben, diese yogischen und meditativen Aspekte, die können hinterher gar nicht mehr ohne diese Morgenrituale in den Tag reingehen, weil sie sagen, dann haut mich ja der erste Windzug um. Das heißt, man muss selbst die Erfahrung gemacht haben, wie viel innere Stabilität dies geben kann. Und wenn man daraus eine Morgenroutine entwickelt, dann ist das ein richtiges Fund. Und es hilft natürlich besser, wenn zu dieser Morgenroutine dann natürlich noch eine Nahrung dazu kommt, die nicht lebensfeindlich ist, sondern die die Biochemie unseres Körpers unterstützt, die den Vagus, das parasympathische Nervensystem unterstützt. Wenn wir mit Weißbrot, Milch, Fleisch, Cornflakes, Müsli und übermäßig viel Zucker ständig dafür sorgen, dass Brain Fog, Hirnnebel, Schleim unser System überschattet, dann können wir uns natürlich im Wolf meditieren und kommen keinen Schritt näher an das Zentrum rein, weil einfach unsere körperliche Biochemie das wirklich nicht hergibt. Man spricht ja auch von den Eigenschaften wie Gelassenheit, Resilenz und Selbstdisziplin, die uns helfen können, in der Mitte zu bleiben. Wie könnte diese Qualität jetzt unser Herz unterstützen, wenn wir uns von Stress und finanziellen Sorgen überwältigt fühlen? Ja, also wir können natürlich so stark uns reindenken in den finanziellen Sorgen, dass wir uns in drei Jahren unter einer Brücke leben sehen. Das ist eine Entscheidung, jeden Morgen mit diesen Gedanken aufzuwachen. Wir können aber genauso gut, so wie wir an einen Kleiderschrank rangehen und ein bestimmtes Kleidungsstück rausholen, können wir uns morgens auch entscheiden, ein anderes Kleidungsstück rauszuholen. Das heißt, einen anderen Gedanken morgens als Türöffner in den Tag hinein zu benutzen. Das kann ein Gedanke des Vertrauens sein, der Hingabe oder eine Affirmation. Möglich sicher und beschützt durch den Tag gehen, möglich frisch und kräftig durch den Tag gehen, möglich ruhig und gelassen, frei und leicht durch den Tag gehen. Also es gibt so Sätze aus der Metta-Meditation, die wir uns morgens beim ersten Aufwachen so als innere Intention, als Absicht drei, vier Minuten lang im Kreise wiederholen können. Und plötzlich merken wir, dass so wie ich in den Wald hinein denke, so halt es zurück. Und wir wissen, am Anfang liegt immer ein Zauber. Und wenn ich den Tag so beginne, sende ich eine ganz andere Energie in den Tag hinein, als wenn ich mich im ersten Moment schon über die Nachrichten, die Politik oder die Kriege auf der Welt aufrege, womit ich ja keinem helfe, sondern eher noch für mehr Unfrieden stifte, weil ich Energie da rein lenke, mich selbst in Unruhe bringe und dann selbst nicht gerade einen Frieden stifte den Tag über bin. Das ist sehr wichtig, dass man morgens auf jeden Fall mit solchen Gedanken aufwacht. Das bringt sehr, sehr viel. Du hast gerade eben auch sehr viel über den Vagusnerv, der ja eine Schlüsselrolle spielt dabei, wenn es darum geht, Stress zu regulieren und in der Ruhe zu bewahren. Wie hängt das mit unserer Herzgesundheit zusammen und was können wir tun, um diesen Nerv zu aktivieren und um unser Herz zu stärken? Ja, also ich beobachte jetzt seit 40 Jahren in meiner Praxis für Gesundheit am Stand und der Meer, wenn Patienten zu einer Kurwoche kommen, wir diesen Stresslevel messen, auch den Sympathus, den Parasympathus, also den Vagusnerv messen, dann merken wir, und wir sind ja spezialisiert auf Herzerkrankungen, ich habe ja im Krankenhaus lange auch in der Kardiologie gearbeitet, auch in der Psychokardiologie war ich lange beschäftigt. Also ich kenne diese Zusammenhänge, das Broken Heart Syndrom, das gebrochene Herzsyndrom, wir wissen das erkaltete Herz, das dann irgendwann bricht, ein Klammern Herzinfarkt, wir wissen über die Zusammenhänge und wir wissen, dass es immer die Gedanken, der Stress ist das, wie wir über uns denken werden, unsere innere Haltung und die führt letztendlich dazu, dass das Herz es immer schwerer hat, sich bemerkbar zu machen und dann irgendwann macht es sich bemerkbar über leichte Stiche, über Schmerzen und diese Signale wollen eigentlich immer nur eins zum Ausdruck bringen, bleib stehen und schau hin, hör auf dein Herz, hör auf die Stimme deines Herzens, auf das, was da aus deiner inneren Herzensweisheit herauskommt und kümmere dich um Dinge, die dein Herz zum Lachen bringen, die Freude, Leidenschaft, Begeisterung wieder in sich tragen, das ist der beste Schutz vor Herzinfarkt, das ist das Beste zur Stärkung der Herzkohärenz, aber es braucht als Voraussetzung erstmal ein Innehalten, ein tief durchatmen, ein zur Ruhe kommen, damit man das Ohr überhaupt nach innen lenken kann, um der Stimme des Herzens entsprechend auch lauschen zu können, um sie wahrnehmen zu können, denn es sagt uns genau, was zu tun ist und wenn wir da nicht drauf hören, dann muss es noch lauter sich bemerkbar machen, wenn wir da auch nicht drauf hören, dann gibt es irgendwann den Knall und dann ist das Herz so verkrampft, so verengt, so eingesperrt, dass es sich mit einem lauten Knall Aufmerksamkeit dann holt und dann ist man gezwungen, mal sechs Wochen innezuhalten, möglicherweise noch in die Reha-Klinik zu gehen, dann kann man den ganzen Tag darüber nachdenken, also was man vorher freiwillig nicht getan hat, muss man dann sozusagen mit dem Dritt einen Schienbein dann im Nachhinein nachholen, allerdings dann leider mit den Auswirkungen, dass man dann möglicherweise in seinem Potenzial, in seinem körperlichen Potenzial für den Rest seines Lebens eingeschränkt ist. Deswegen sage ich immer, kümmere dich rechtzeitig um deine Herzensangelegenheit, damit es nicht plötzlich der Herzchirurg für dich erledigen ist. Du hast das viel angesprochen mit Broken Heart und die ganzen Stresssituationen. Wie lange dauert das, wenn man jetzt all diese Sachen jetzt anwendet, positive Auswirkungen jetzt auf das, oder wie lange dauert das, bis man positive Auswirkungen auf das Herz verspürt, wenn man regelmäßige Techniken aktiviert, zum Beispiel für den Vagusnerv? Also wir haben ja eine Vagus-Challenge ins Leben gerufen, die wir auch vielleicht unter dem Video verlinken können. Da geht es darum, in 28 Tagen ein Intensivprogramm durchzuziehen, um den Vagusnerv zu stärken. Und wir sehen auch, wenn Patienten zu mir zur Kur kommen, in vier Wochen können wir den Vagus-Tonus auf eine Höhe bringen, die stabil so bleibt, wenn man sich an eine gewisse Morgenroutine gewöhnt. Und wir können den Sympathikus runterholen. Und wenn wir das verbinden, dann mit täglichen Atemübungen, wo wir zum Beispiel jede Stunde drei tiefe Atemzüge machen, immer durch die Nase, bis vierzehn beim Einatmen, bis siebenzehn beim Ausatmen, dann bringen wir diese Routine in den Tag hinein und dann halten wir auch das Niveau dann. Darum geht es ja immer. Ich will ja gucken, dass meine Patienten, wenn wir Lösungen suchen und finden, wo wir das Beste aus Ost und West einsetzen, dass das auch eine Nachhaltigkeit hat und dass der Patient Methoden mit an die Hand bekommt, die er nach Hause nehmen kann und wo er zu Hause dann auch etwas in der Hand hat, was er weitermachen kann. Und das Wichtigste zur Herzinfarktprophylaxe und zur Schlaganfallprophylaxe, zur Arthroskleroseprophylaxe, ist dieses rechtzeitige Innehalten, um dieser feinen Herzenstimme zu lauschen. Denn sie sagt uns genau, wo es lang geht. Aber dazu brauchen wir diese Ruhe, diese innere Erdung. Und ich sage immer, umso mehr wir geerdet sind, umso mehr wir uns in uns sicher und geschützt fühlen, umso mehr kann der Unruhegeist runterkommen und umso mehr der Unruhegeist runterkommt, kann sich das Herz hervorwagen öffnen und jetzt fängt Herzensweisheit langsam an, in unsere Wahrnehmungsprozesse mit einzufließen, in unsere Denkprozesse, in unsere Entscheidungsprozesse und Handlungsprozesse. Das heißt, wir werden dann mehr und mehr heraus von einer inneren Weisheit, von Vertrauen getragen und unsere Entscheidungen sind dann mehr ausgerichtet zum höchsten Wohle aller, des großen Ganzen. Weil wir aus dieser Verbindung einfach Frieden, Harmonie, Balance, Freiheit, Gleichmut, Gelassenheit, das fließt alles aus dieser Herzensenergie heraus und das lässt uns dann Entscheidungen treffen, die für das große Ganze viel geeigneter sind. Also ich würde es manchen Politiker heute wünschen, sich eine ganz neue Morgenroutine anzueignen, denn dann fällt es einem schwerer, die Worte Kriege und Bomben auszusprechen und es fällt einem leichter, in Gedanken von Harmonie und Frieden wieder einzustellen. Kann der Vagusnerv tatsächlich nur unser Geist beruhigen, sondern vielleicht auch unser Herz ein bisschen stabiler und widerstandsfähiger machen? Ja, also wir messen das ja erstmal an verschiedenen Herzwerten, die wir im Blut messen können. Wir messen es aber auch, ich habe in der Praxis eines der modernsten EKG-Geräte, was ich wie gesagt mit der Kardiologie immer ganz, ganz eng seit 40 Jahren vertraut bin. Das heißt, wir haben ein 3D-Vektor-EKG, das das Herz dreidimensional ausmisst und dann wird das über die KI in der Cloud wird das völlig neutral ausgewertet und wir kriegen dann ein wunderbares 3D-Bild, wo wir genau sehen, wie gut ist die Durchblutung, wie ist die elektrische Rhythmussituation und wie ist die strukturelle Integrität des Herzens. Und daraus sehen wir, dass wir sozusagen einen Startpunkt haben und wenn wir jetzt die Behandlung einsetzen und mit speziellen Neurotransmittern, mit speziellen Aminosäuren als Infusion, den Vagusnerv stärken oder als Kräuterrezeptur, dann sehen wir bereits nach vier Wochen, wie sich das Bild verändert und ich habe hunderte von Patienten, wo aus pathologischen Bildern bereits innerhalb von vier bis sechs Wochen sich wieder ein normaler Rhythmus gebildet hat und wo sich Durchblutung verbessert hat und wo die Puppleistung dementsprechend auch nach oben gegangen ist. Aber dieser Gesundheitsprozess braucht die Entscheidung, ja, ich bin bereit, ja, ich will was dafür tun, ja, und ich tue es auch. Und dann haben wir natürlich das Stress-EKG, wo wir den Sympathus, den Parasympathus, also den Vagusnerv messen. Und da sehen wir immer am Anfang einer Kurwoche, wie ist das Bild, Vagusnerv ganz unten, Sympathikus ganz oben und durch die Maßnahmen, die wir im Laufe der Woche machen, dreht sich das langsam rum. Vagus kommt hoch und Sympathikus kommt runter. Und das kann der Patient aber auch schon beim ersten EKG sehen. Er sieht sein pathologisches Bild. Dann lassen wir ihn zwei Minuten atmen, in einer ganz besonderen Atemfrequenz, nicht durch die Nase, lang betontes Ausatmen, ungefähr, wie ich eben sagte, vier, sieben. Und dann sieht der Patient während zwei Minuten, wie der Sympathikus runterkommt und der Vagus hochgeht. Und wenn man das mal schwarz auf weiß gesehen hat, wie jeder Gedanke, jeder Atemzug Einfluss hat, auf die Herzratenvariabilität zu nennen, also auf die Fähigkeit des Herzens, sich zu entspannen, dann sieht man, welche unglaublichen Möglichkeiten wir tagtäglich zur Verfügung haben, ohne Chemie einnehmen zu müssen, um unser Herz immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und ich will es vielleicht noch, weil das Thema ist ja, Schwerpunktthema ist ja Herz, das ist auch mein Lieblingsgebiet, ich will das nochmal zeigen an eine Erfahrung, die ich damals in der Kardiologie gemacht habe, an die ich gerade denken muss. Wir hatten damals etwa zehn Antiarhythmiker, also supermoderne Herzrhythmusmittel, chemisch, und unser Chefarzt fragte die immer ab und die mussten wir auf der ganzen Station, mussten wir die dann immer anwenden. Und wir waren dann die Könige, wenn die Patienten von 20.000 Extraschläge auf 300 Extraschläge runterkannen. Und die mussten wir auswendig können und unser Chefarzt hat uns da wahnsinnig gestriezt, dass wir die auch wirklich beherrschen und bei jedem Patienten die Richtchen einsetzen. So heute, 40 Jahre später oder 20 Jahre später ist es so, dass alle diese Herzrhythmusmedikamente alle vom Markt genommen wurden, herztlich kontraindiziert, weil die Patienten alle weggestorben sind. Alle, die diese Mittel gekriegt haben, sind innerhalb weniger Jahre gestorben, weil man kann das Herz nicht mit Gewalt in einen festen Rhythmus reinbringen. Das Herz muss sich mit jedem Gedanken, der Herzschlag muss im Millisekundenbereich mit jedem Gedanken ein anderer sein. Und in der chinesischen Medizin findet man da auch eine spiegelbildliche Aussage. Dort heißt es nämlich, wenn das Herz so schlägt, wie der Specht an den Baum schlägt, steht der Tod direkt vor der Tür. Das bedeutet, wenn im Millisekundenbereich jeder Abstand von einem Herzschlag zum nächsten immer genau gleich ist, dann ist höchste Lebensgefahr begeben. Und das habe ich schon, wir haben schon hunderte Patienten gerettet, weil wir durch dieses EKG die Leute sofort zum Kardiologen schicken mussten. Und der hat sie sofort zur Operation geschickt, weil die Herzkranzgefäße komplett zu waren. Weil das bedeutet, wenn die Situation so ist, dass sich der Rhythmus nicht immer anpasst, dann ist ein kleiner Schreck, ein plötzlicher Gedanke, da muss sofort das Herz schneller schlagen, das muss sofort mitgehen. So wenn ich morgens um 5 Uhr aufstehe und zur Toilette muss, da passieren übrigens die meisten Herzinfarkte in den frühen Morgenstunden, genau in dem Moment, weil der Körper müsste sofort hochfahren und der Puls müsste sofort hochgehen. Wenn aber jemand im Schlafmodus ist, im Ruhemodus ist und er dann solche Herzmedikamente einnimmt, dann kann der Puls nicht mit hochgehen. Das heißt, das Herz ist mit drei Schritten schon völlig überfordert und geht nicht in der Anstrengung mit. Das heißt, es muss sich mit jedem Gedanken mitbewegen können und im Millisekundenbereich mal 800 Millisekunden Abstand, mal 1000 Millisekunden, dann mal wieder 500 Millisekunden. Das muss permanent mitgehen und wenn das Herz nicht mittanzen kann, weil es in einem Rhythmus eingenordet ist, dann bricht es und alle diese Medikamente sind vermarktet und nicht ein einziges von denen darf heute noch eingesetzt werden, weil man eben festgestellt hat, das Herz muss sich frei und leicht mitbewegen können. Das kann man nicht einschränken. Ausnahme heute bei Vorhofflimmern, da guckt man natürlich, dass man den Rhythmus insgesamt runterbringt, weil das Vorhofflimmern dann in Relation zu den Nebenwirkungen dann doch eine größere Gefahr in sich trägt, dass das nicht dann sich ein Drombus löst und es einen Schlaganfall gibt. Das heißt, nur noch bei Vorhofflimmern, da setzt man heute noch Beta-Blocker und ein anderes spezielles Rhythmusmittel ein, damit das Herz etwas langsamer schlägt und sich nicht ständig überschlägt in seiner Geschwindigkeit. Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, das Herz, das passt sich immer an und wenn das wirklich immer gleich schlägt, auch wenn man jetzt mal eine sportliche Aktivität hat, dann ist es nicht gerade gut. Und das ist dann die Herzratenvariabilität, glaube ich, heißt das. Das ist dieser Unterschied. Ja, das ist ein hochmodernes zweites EKG, das ich da seit jetzt sieben, acht Jahren in der Praxis habe, wo wir eben den Abstand der einzelnen Herzschläge messen. Das wird dann aufgezeichnet auf verschiedenen Ebenen und wenn ich mit dem Patienten ein Gespräch führe, dann läuft die Zacke mit und zeigt, wie hoch gerade der Abstand ist zwischen den einzelnen Herztönen und in dem Moment, wo wir jetzt auf ein Thema treffen, das auf dem Spannung liegt, man spricht plötzlich über Mutter oder Vater oder über den Chef oder Ehepartner, plötzlich gibt es einen Riesenausschlag, dann weiß ich, dass allein der Gedanke an die Familie eine Adrenalinausschüttung ausgelöst hat und das Herz muss da sofort mitgehen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn es sofort mitgeht, zeigt aber eben auch, wenn wir da den ganzen Tag dran denken, Woche für Woche, Monat für Monat, was da für ein krankmachendes Potenzial für das Herz dahintersteht. So ist es ja nur ein kurzer Moment mit der Adrenalinausschüttung. Bleiben wir dann aber drei, vier Minuten in dem Thema, dann bleibt der Zacken auf diesem Niveau während des gesamten Gesprächs und sage ich dann, jetzt denken wir mal in den Urlaub, in die letzte Situation, wo das Herz gelacht hat, sofort geht das Herz in den Entspannungsmodus über. Und wenn man das schwarz auf weiß gesehen hat, dann weiß ich um die unglaubliche gesundheitsfördernde und krankheitsfördernde Macht der Gedanken auf das Herz. Bei allen auf das Herz. Aber auch auf Entzündungsprozesse. Ich kann mit Gedanken Entzündungsprozesse anheizen und ich kann genauso durch Beruhigungsprozesse in den Gedanken schleichende Entzündungsprozesse runterfahren. Und das ist auch ganz wichtig für das Herz, weil das, was letztendlich auf der physiologisch-biochemischen Ebene den Herzinfarkt mit auslöst, ist ja auch die Entzündung an den Innenseiten der Herzarterien. Das heißt, wenn sich diese Innenseiten entzünden, die sogenannte Intima, das nennen wir dann Arteriosklerose, also eine Autoimmunentzündung an den Innenseiten, ein Feuer sozusagen, an den Innenseiten der Arterien, die dazu führt, dass die Arterien immer enger werden, sich dementsprechend immer weniger dehnen können und damit Belastungen nicht mehr standhalten können. Weil auch die Belastungen müssen zu einer Dehnung führen, wenn die aber nicht möglich ist, dann staut sich da etwas. Und das erhöht dann eben auch das Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko. Und in dem Zusammenhang, wenn dann Arterien verstopft sind durch die Arteriosklerose, möchte ich hier nochmal auf ein, das hatte ich in einem, ich glaube in einem Instagram-Beitrag, da hatten über 200.000 Leute den geguckt innerhalb von wenigen Stunden, da hatte ich nochmal gezeigt, wie stark der Einfluss ist von 15 Minuten Joggen. Also ich habe verglichen, Eliquis, das ist so das Standardmittel zur Blutverdünnung, wenn jemand mit dem Herzen Probleme hat und Vorflimmern hat oder Gefahr von Durchblutungsstörungen, dann nimmt er einen Blutverdünner, extrem teuer, kriegt heute jeder wie Drops aus dem Krankenhaus zugeworfen, der reduziert das Schlaganfallrisiko in solchen Fällen um 21%. Und in den Studien liest man dann aber ASS, also Aspirin, in der niedrigsten Dosis, 100 Milligramm, was im Prinzip, wenn es dann noch mikroverkapselt ist, also magenfreundlich verkapselt ist, keine Magenschleimhautentzündung auslösen kann, reduziert ist um den gleichen Betrag, also auch etwa um 21, 22%, aber 15 Minuten Joggen am Tag oder schnelles Walken reduziert das Risiko um 30% und ein Kranker, ein Arthrosklerose-Kranker, der jetzt kombiniert Aspirin 100, Protect, zum Beispiel mit 20 Minuten Joggen, reduziert sein Schlaganfallrisiko um 45 bis 50%. Dann sieht man auch, wie wir durch unsere eigenen Entscheidungen, ich entscheide mich zu meiner Morgenroutine, auch schnelles Walken, wenn ich jetzt älter bin, wenn ich ein bisschen jünger bin, auch noch eben langsames Joggen oder schnelleres Joggen, da reichen schon 15 bis 20 Minuten aus und ich mache eine dramatische Verbesserung für mein System. Und wir haben ja auch die Mantra-Challenge ins Leben gerufen, da möchte ich auch jeden einladen, kostenlos daran teilzunehmen. Das ist eine große Meditationsstudie, wo wir wir mit Deva Premal zusammen diese Challenge ins Leben gerufen haben, 60 Tage für 10 Minuten am Tag meditieren. Da haben über 15.000 Menschen schon teilgenommen. Ich möchte jeden einladen, auch noch mitzumachen, denn umso größer die Zahl der Teilnehmer ist, umso aussagekräftiger ist natürlich die Studie. auch auf ethnomed.de können wir unten verlinken. Großer Bonus, also wir freuen uns für jeden, der da teilnimmt. Und was bei der Studie rausgekommen ist, ist nicht nur das Buch Mantra-Medizin, wo ich die besten Mantren aus der Schatzkiste der Weltmedizin vorstelle, sondern es kam eben vor allem raus, dass diese 10 Minuten am Tag mehr erreichen, als jedes Medikament, das jemals auf dieser Welt eingesetzt worden ist. Die Auswirkungen dieser täglichen 10 Minuten auf das Herzen sind ein Megafund, das wir sehr, sehr gut belegen können. Und da kann ich jeden nur einladen, Meditation, Joggen, kleine Morgenroutine. Das ist das Beste, um Herzinfarkt vorzubeugen. Und dann natürlich eine innere Haltung eines Glückspilzbewusstseins, eine innere Haltung der Dankbarkeit, Dankbarkeitstagebuch jeden Morgen aufschreiben, wofür bin ich dankbar, was für ein Glück, dass ich doch hier in der Form sein darf. Eine innere Haltung, die mehr die Türen zur Freude öffnet, zur Herzlichkeit, wie wir so schön sagen, jetzt neu zur Herzkuranz. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man solche Rituale morgens auf jeden Fall macht. Man sieht es jetzt hier nicht. Ich habe hier lauter Tagebücher wo ich das auch alles schon gemacht habe und immer noch mache und es ist unheimlich kraftvoll. Und jetzt ist es ja auch so, dass du auch mit Heilpflanzen, vor allem mit Wurzeln aus der tibetischen Hochlandmedizin arbeitest. Wie können diese Heilpflanzen uns helfen, klarer zu denken und unser Herz stabilisieren zu können, besonders jetzt gerade in diesen stressigen Zeiten, wo es natürlich auch um finanzielle Unsicherheiten geht? Ja, ich würde hier drei alte traditionelle Heilpflanzen Rezepturen in den Mittelpunkt stellen. Da haben wir aus der tibetischen Medizin eine Rezeptur gegen die Windkrankheit. Das passt also genau gegen die Stürme, gegen die Hurricanes, unsere Gedanken. Und die Tibeter haben sich so auf dem Dach der Welt in Gröttern am nächsten da über Jahrtausende sehr viele Gedanken gemacht, wie können wir diesen Unruhegeist, diesen Monkey Mind runterfahren, sodass mit der Ruhe des Geistes das Herz sich mehr eröffnen kann. Und sie haben die Pille gegen die Windkrankheit über Jahrtausende entwickelt, immer wieder von einer Generation zunächst neue Erfahrungen integriert und daraus ist die Rezeptur Lung entstanden, L-U-N-G, das ist eine tibetische Heilpflanzenmischung, um sich zu zentrieren, um sich zu fokussieren, um den Blick auf das Wesentliche, hinter dem scheinbar so Wichtigen, um da den Blick deutlicher halten zu können, also um zu dieser inneren Gemütsruhe zu kommen. Das zweite ist eine Rezeptur aus der Weltmedizin, aus der Schatzkiste der Weltmedizin. Hier sind die besten Wurzeln aus allen Kontinenten drin. Das ist Ashwagandha aus Indien, die Tigerwurzel aus der Mongolei, Makarwurzel aus Mexiko, Gingsing aus China, Ingwer aus Arabien, Rosenwurz aus Kanada, Astragalus nochmal aus China, ebenso wie Engelwurz. Also die besten Wurzeln, die hier zusammengemischt sind, also die Psychoadaptogene, die helfen, das Erdelement zu stärken, damit der inneren Erdung, das ist die Grundlage, damit der Geist zur Ruhe kommen kann. Also mit Wurzelkomplex erden wir, mit Lungen bringen wir den Geist zur Ruhe und um das Herz, damit das Herz sich festigt und öffnet, gibt es die Rezeptur Herzkraft, das ist auch eine Hochdosis Naturmedizin Rezeptur, wo aus der Schatzkiste der Weltmedizin die Heilpflanzen drin sind, die besonders das Herz stärken, allen voran der Granatapfel natürlich, Mistel, Weißdorn, Katzenkralle, Olivenblatt, also ganz viele Heilpflanzen aus verschiedenen Kontinenten, die alle die Fähigkeit haben, die Herzleistung, die Aufnahmefähigkeit des Herzens von Sauerstoff, die Kontraktilität der Muskelfilamente zu erhöhen, sodass das Herz besser schlagen kann, wo wir im übertragenen Sinne auch sagen, alles was das Herz stärkt, stärkt in in gewisser Weise auch unsere Fähigkeit, herzlich zu denken und zu sein und in dieser Rezeptur sind natürlich auch die Herzreparaturenzyme drin, Arginin, Carnitin und natürlich ganz wichtig das Q10, wovon wir immer 100 Milligramm pro Tag brauchen ab dem Alter von 45, ganz wichtig, weil dieser Spiegel geht runter und so wie der Spiegel runter geht, so erhöht sich auch das Infarktrisiko, also wir haben da ganz handfeste Dinge, aus der Hochdosis Naturmedizin, wo wir genau wissen, wie viel Milligramm Belaksäure aus dem Granatapfel muss eingesetzt werden, um die Herzmuskelleistung um drei bis sechs Prozent zu erhöhen. Wir wissen genau, wie viel Milligramm Q10 eingesetzt werden müssen, um hier reparierend wirken zu können. Also dieses Zusammenspiel aus etwas ganz Handfestem, was wir aus der Hochdosis Naturmedizin geben, zusammen mit unserer Morgenroutine, mit Meditation, mit Sport, mit Ernährungsumstellung. Daraus ergibt sich dann ein ganzheitliches Konzept, das diesen Namen wirklich verdient hat und dann können wir höchstens noch schauen, was hindert uns daran, in die Herzlichkeit, in die Freude, in die Leichtigkeit reinzugehen, die doch eigentlich, was doch eigentlich unser Geburtsrecht ist. Wo setzen sich da blöde Gedanken dazwischen? Und da sind wir plötzlich schon wieder bei den Stürmen, die wir ja zur Ruhe bringen wollen und da macht es auch wirklich Sinn, sich von vielen Stürmen fernzuhalten und eines der besten Methoden, sich von den Stürmen fernzuhalten, ist, wenn man selbst nicht aktiv auf die Straße geht, dann auch keine Nachrichten mehr zu gucken und schon gar nicht im Handy ständig rumzufummeln. Das sind Dinge, die uns schneller in den Herzinfarkt bringen, als uns lieb ist und das ist in der heutigen Zeit mit die beste Prävention, sich wunderbare Sendungen wie deine jetzt anzugucken, sich mit spirituellem Wachstum zu beschäftigen, sich mit den Hintergründen von Krankheit zu beschäftigen, das ist heute echte Prävention, aber die Nachrichten zu verfolgen und da immer aktuell bleiben zu wollen, das löst einfach zu viel Stress und Ärger aus, das können wir uns gar nicht leisten, diese Informations- Tsunamis sind heute einfach zu viel. Die machen krank, und eine normopathisch kranke Gesellschaft verstärkt diesen krankmachenden Aspekt noch, also besser im eigenen Garten bleiben oder direkt auf die Straße gehen, aber auf jeden Fall nicht das Mittelding dazwischen im Garten und sich dann aufregen über das, was da draußen alles passiert, dann lieber gar nicht hingucken, das ist dann der beste Herzschutz. Ja, Ingfried, im Prinzip hast du jetzt schon alles, meine letzte Frage schon komplett beantwortet, ich wollte dich einfach nochmal bitten, einfach nochmal zusammenzufassen, was man so alles machen kann, um sein Herz zu schützen und dass man morgens einfach nicht sich durch das Radio, durch die Nachrichten wecken lässt, sondern einfach seine eigene Morgenroutine dann ins Leben ruft, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich und abends dann zum zu Bett gehen vielleicht noch so ein Dankbarkeitstagebuch schreibt. Und wie gesagt, genau, und diese Meditation ist eben besonders wichtig, dass wir uns da wirklich diese elf Minuten Minimum, ich nenne es 4711, so als Schlagwort, elf Minuten am Tag sitzen wir und atmen bis vier beim Einatmen durch die Nase und bis sieben beim Ausatmen möglichst auch durch die Nase, gibt es Gründe für, also vier, sieben und das elf Minuten am Tag am Stück und dann elf Mal am Tag zu jeder vollen Stunde könnte man auch noch sagen, zu jeder vollen Stunde eben drei tiefe Atemzüge machen, denn wir wissen, ein entspannter Mensch ist ein gesunder Mensch und erstmal tief durchatmen aktiviert den Vagusnerv und trägt massiv zur Entspannung des Systems bei, man sollte eigentlich den Mund niemals aufmachen, bevor man nicht dreimal tief durchgeatmet hat, man wird sich wundern, da kommt was ganz anderes raus, als man es noch vor diesen anderen Atemzügen gesagt hätte. Das ist ein guter Tipp, genau, manche machen den Mund zu früh auf und zu schnell. Ja, danke Ingrid für dieses wunderbare Gespräch und diesen ganzen Tipps, die du uns hier heute gegeben hast und ja, ich denke mal, wir werden das unten auf jeden Fall verlinken und Meditation am Tag, das ist natürlich etwas, ja, das sollte eigentlich bei jedem integriert werden. Und ja, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, dass man das, was man so vielleicht am Tag erlebt, vielleicht mal aufschreiben sollte, weil, wenn man seine Ziele hat, dann schreibt man das am besten auf Papier, weil, wer nicht aufschreibt, der läuft durchs Leben und schießt mit Platzpatronen, so habe ich es mal gelernt. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank und ja, ich hoffe dann bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Wenn dir dieses Video gefällt und du Mitglied unserer YouTube Community werden möchtest, dann klick auf den Button Kanalmitglied werden und profitiere von den vielen Möglichkeiten, die wir dir bieten, unter anderem auch mit mir persönlichen Kontakt zu treten und persönlich Fragen stellen zu können.